Was kann letztendlich ein Bewegungsschmerz an der Wirbelsäule verursachen? Um das vielleicht nochmal detailliert zu erklären, kommen wir vielleicht nochmal auf die Anatomie der Wirbelsäule zu sprechen. Da kann man es eigentlich am besten sehen. Wir haben ja eine Lendenwirbelsäule mit fünf Lendenwirbel und nehmen wir jetzt mal diesen Bereich hier raus, das ist zwischen dem vierten und dem fünften Wirbel. Dann gibt es im Prinzip zwei Strukturen, die für die Beweglichkeit der Wirbelsäule verantwortlich sind. Das ist einmal im vorderen Bereich, also zum Bauchraum hin, die Bandscheiben und im hinteren Bereich, also auch hinter dazwischen ist der Wirbelkanal, der Rückenmarkskanal, im hinteren Bereich von hinten betrachtet die sogenannten Wirbelgelenke oder auch Facettengelenke, die paarweise angeordnet sind. Und die können natürlich auch im normalen Alterungsprozess des Menschen dann wie ein Knie, wie ein Hüftgelenk auch degenerieren, abnutzen. Letztendlich sind schmerzhafte Facettengelenke, Wirbelgelenke natürlich ein Überlastungsproblem. Und deswegen, um da selber was gegen zu tun, ist natürlich die Entlastung, also Vermeidung von extremen Belastungen immer sinnvoll. Das geht schon mit dem Gewicht los, also Gewichtsreduktion ist natürlich gut. Dann natürlich Bewegung, Bewegung ist für Gelenke immer gut, aber halt gute Bewegung, keine Extrembewegung. Gerade bei den Wirbelgelenken, bei den Facettengelenken ist die sogenannte Reklination, also alles, was ins Hohlkreuz reingeht, nicht gut, weil da die Gelenke ineinander gestaucht werden. Auf der anderen Seite ist dann Muskelkräftigung, wie bei allen Wirbelsäulenleinen immer sinnvoll, um damit einfach die entsprechend schmerzhaften Partien muskulär zu stabilisieren. Und da ist auch gerade bei den Facettengelenken die Bauchmuskulatur sehr wichtig. Wenn man von Rückenschmerzen hat, denkt man natürlich immer an ein Auftrainieren der Rückenmuskulatur. Das ist auch wichtig letztendlich, aber die Bauchmuskulatur ist in dem Fall, gerade bei diesem Problem an der Wirbelsäule, mindestens genauso wichtig, weil die Bauchmuskulatur, die hier vorne sitzt, letztendlich vor allen Dingen jetzt etwas übertrieben, an dem Modell mal gezeigt, ja eine Entlordosierung. Also das ist die Lordose, also das Hohlkreuz. Ja, das ist nicht gut und eine gute Bauchmuskulatur kann über Einfluss auf die Beckenkippung letztendlich das Ganze entlordosieren. Das heißt, so ein bisschen mehr aus dem Hohlkreuz rausbringen und damit, wie man hier an dem Modell auch vielleicht auch sehen kann, erahnen kann, die Gelenke dann entlasten. Die Diagnose von schmerzhaften Wirbelgelenken, einem sogenannten Facettensyndrom, erfolgt natürlich erstmal anamnestisch. Das heißt, man befragt den Patienten, was für Schmerzen er hat. Dann das Alter des Patienten ist natürlich auch nicht unwichtig. Das haben wir vor allen Dingen oder fast ausschließlich ältere Patienten mit schon abgenutzten Gelenken, also Arthrose in den Gelenken. Dann die Schmerzform. Es ist häufig ein sogenannter axialer Rückenschmerz, der schon auch ins Bein, aber meist dann auch nur in die Pobacken oder in den Oberschenkel ausstrahlen kann. Nicht so sehr wie zum Beispiel beim Bandscheinvorfall, dass es dann bis unten in den Fuß ausstrahlt. Das wäre eher untypisch. Also der lokale, wir nennen es axiale Rückenschmerz, ist recht typisch. Typisch ist auch die Schmerzverstärkung dann bei Rückneihung, also ins Hohlkreuz reingehen. Das sind typische Zeichen, die hindeuten auf ein sogenanntes Facettensyndrom. Und dann ist man schon diagnostisch im Bereich der bildgebenden Diagnostik, da es sich um eine knöcherne Problematik ja letztendlich handelt, auch das Röntgenbild schon hilfreich, wo man sehen kann, ob die Gelenke abgenutzt sind. Wenn die fortgeschritten abgenutzt sind, dann vergrößern die sich häufig. Auch wir sprechen dann von hypertrophen Gelenken, die dann im Röntgenbild sehr gut zu sehen sind. Und dann im Weiteren natürlich die Kernspintomographie, die vor allen Dingen dazu da ist, natürlich parallele oder eventuell auch doch andere Schmerzursachen, wie zum Beispiel ein Bandscheinvorfall oder eine abgenutzte Bandscheibe, die Osteoschondrose hervorrufen kann. Bei der Kernspintomographie kann man dann häufig auch noch sehen, was man im Röntgenbild nicht sieht, dass nämlich im Gelenkspalz sich vermehrt Flüssigkeit gebildet hat, weil das Gelenk überlastet ist. Und jedes Gelenk, was überlastet ist, versucht der Körper, man kennt das ja von Arthrose-Gelenken am Knie oder an der Hüfte, wenn plötzlich zum Beispiel das Knie dick wird, da wurde sehr viel Flüssigkeit gebildet. Der Körper versucht dem entgegenzuarbeiten, dass das Gelenk nicht mehr so funktionstüchtig ist und produziert mehr Gelenkflüssigkeit. In dem Fall aber zu viel, was ja auch wieder dann Schmerzen macht, weil die Gelenkkapsel, also die Hülle des Gelenkes, dann zu sehr gespannt ist. Und sowas jetzt natürlich in kleinerer Form kann sich dann auch an den Facettengelenken bilden. Und so sehen wir dann häufig bei richtig aktivierten Facettenarthrosen Flüssigkeitsanlagerungen in den Gelenken. Und das ist dann noch in der Regel fast ein sicheres Zeichen, dass der Schmerz auch daherkommt. Gerade bei älteren Menschen zeigen sich natürlich viele Veränderungen an der Wirbelsäule und leider machen die auch relativ ähnliche Symptome, sodass man trotz der Befragung des Patienten, trotz der Untersuchung und der bildgebenden Diagnostik manchmal doch nicht zu 100 Prozent sagen kann, wo kommt der Schmerz genau her. Und da ist man dann in den Bereich oder kommt man dann in den Bereich der sogenannten diagnostischen Infiltrationen. Das heißt, man spritzt die Struktur, in dem Fall das gereizte, entzündete Wirbelgelenk oder abgenutzte Wirbelgelenk unter Röntgenkontrolle an, spritzt etwas Betäubungsmittel, das reicht schon, vielleicht ganz kein bisschen Cortison dazu und schaut dann einfach, wie es in den nächsten ein, zwei, drei Tagen dann verläuft. Sollte der Schmerz dann sehr rasch weggehen und der Patient berichtet dann, dass er für ein, zwei Tage, dass es ihm deutlich besser ging, dann kann man, oder dann lässt es natürlich darauf zurückschließen, dass der Schmerz auch wirklich daherkommt. Je nach Dauer und Intensität der Beschwerden von den Wirbelgelenken ausgehend, kann man natürlich zunächst klassisch konservativ behandeln mit Physiotherapie, die Muskelkräftigung, Entlastung, medikamentös und dann die sogenannten Injektionen, die sogenannten Facetteninfiltrationen, die man unter Röntgenkontrolle macht, um einfach da die Zielgenauigkeit zu garantieren. Das kann man natürlich ein paar Mal wiederholen. Am Anfang, wenn das Gelenk sehr stark entzündet ist, dann bietet es sich schon an, da auch etwas Cortison mit beizumischen. Später kann man da auch Hyaluronsäure, so wie man das an anderen großen Gelenken ja auch macht, im Rahmen der Arthrosebehandlung anwenden oder auch PRP, plättchenreiches Plasma, was sich ja auch mittlerweile in der Arthrosebehandlung etabliert hat, anwenden. Aber es zeigen sich dann natürlich Fälle, wenn das chronischer wird, dass diese Einspritzungen zwar gut wirken, aber nur begrenzt anhalten. Das heißt, der Patient kommt nach ein paar Wochen wieder und sagt, er hat wieder dieselben Beschwerden. Und dann macht es natürlich wenig Sinn, alle drei Wochen zu spritzen. Und da in solchen Fällen bietet sich die sogenannte Thermokoagulation oder Radiofrequenztherapie der Facettengelenke an, ein sehr schonendes, ambulantes Verfahren, wo wir die schmerzweiterleitenden Nerven in den Gelenkkapseln mit kleinen Wärmeelektronen, mit über Nadeln letztendlich abtöten oder denervieren. Das hat sonst keine schädigende Auswirkung, auch nicht auf Reflexmechanismus oder Schutzmechanismus. Es geht lediglich darum, die Gelenkkapsel und damit das entsprechende Gelenk schmerzfrei zu machen. Die Thermokoagulation der Facettengelenke ist letztendlich ein ambulantes Verfahren. Was wir in lokaler Betäubung machen, bei Patienten mit Spritzenangst kann man es natürlich auch in so einer leichten Dämmerschlaf-Narkose machen, aber üblicherweise ist das in neun von zehn Fällen gut in lokaler Betäubung möglich. Nehmen wir die Lenwirbelsäule mal als Beispiel. Prinzipiell kann man das im Bereich der gesamten Wirbelsäule anwenden, wo letztendlich die Schmerzen durch abgenutzte arthrotische Wirbelgelenke hervorgerufen werden. Das heißt, der Patient liegt in dem Fall auf dem Bauch. Oben drüber kommt ein Röntgengerät, ein sogenannter Ziehbogen. Das Ganze wird wieder unter Bildkontrolle gemacht. Und dann setzen wir eine Betäubung an die Gelenkkapsel. Das werden kleine Seitenäste der großen, sogenannten Spinalnerven, die eine Rolle spielen bei Bandscheinvorfällen, aber hier jetzt nicht. Das sind nur kleine Seitenäste, die praktisch von dort dann in die Gelenkkapsel einziehen. Und die laufen immer an bestimmten Stellen. Die werden aufgesucht. Da wird eine Betäubung gemacht. Und dann werden solche Nadeln dort angeführt. Die sind mit Teflon beschichtet. Nur die aktive Spitze, die ist in der Regel so ein Zentimeter, ist frei. Und die wird dann durch die Haut, durch den betäubten Stichkanal, wird das dann tangential angelegt. Und dann kommt praktisch durch diese Nadel, indem man den Mandrel entfernt, dann eine Elektrode, die mit einem Kabel an einem Generator verbunden ist. Und dann kann man zunächst nochmal testen, dass man auch weiß, man ist sicher an der richtigen Stelle. Das sieht man daran, dass der Patient dann, wenn man eine kurze Spannung anlegt, dort ein leichtes Brennen verspürt, beziehungsweise man sieht dann ein leichtes Muskelzucken. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass man da an der richtigen Stelle ist. Man sieht den Nerv natürlich nicht im Röntgenbild. Deswegen nutzt man nochmal diese doppelten oder diese zusätzlichen Lokalisationsmöglichkeiten. Und wenn das der Fall ist, dann wird über das Gerät, was automatisch, wie gesagt, ein Temperaturprotokoll abfährt, das Programm gestartet. Und das geht dann immer über 90 Sekunden und die Spitze wird bis 80 Grad erhitzt. Und das ist vorher betäubt und der Patient spürt da so gut wie gar nichts. Und das macht man dann üblicherweise bei Problemen an der Lendenwirbelsäule über drei Etagen. Meistens sind die Beschwerden ja beidseitig oder zumindest eine Seite ist schlimmer, aber die andere auch. Also sprich, man macht es dann in den meisten Fällen, in 80 Prozent der Fälle, macht man das dann beidseitig. Das ganze Prozedere bei der Behandlung jetzt von drei Etagen und beidseits dauert ungefähr so 45 Minuten. Der Patient bleibt danach noch eine Viertelstunde ungefähr dort liegen und kann dann aber ganz normal wieder nach Hause. Es kann sein, dass es für ein paar Tage halt den lokalen Schmerz, einen lokalen Reiz verspürt durch die Spritzen, aber alles gut tolerabel, notfalls ein leichtes Schmerzmedikament kann genommen werden und der Bereich halt für ein paar Tage etwas geschont werden. Ansonsten braucht es da keine bestimmten Nachsorgemaßnahmen. Die Vor- und die Nachbehandlung bei dieser Thermokorrelation ist relativ unspektakulär. Der Patient muss nicht nüchtern kommen, es wird ja in lokaler Betäubung gemacht. Von daher ist ein nüchtern Zustand nicht notwendig. Und nachher sollte er sich für ein, zwei Wochen etwas unkörperlich schonen. Das heißt jetzt nicht gleich am Abend dann ins Fitnessstudio und voll an die Geräte ran, sondern das Ganze einfach ein bisschen einwirken lassen. Man denkt immer, ja, oder man kann als Laie vermuten, dass wenn man Nerven verödet, dass der Schmerz gleich weg sein muss. Aber da spielen natürlich dann auch, weil da sind ja in der Regel chronische Schmerzpatienten, Schmerzgedächtnis eine Rolle, da ist natürlich auch nochmal der Reiz der Behandlung. Das kann immer nochmal ein paar Tage ein bisschen spürbar sein. Muskeln, Sehnen, alles muss sich ja erstmal einspielen. Das heißt, den Erfolg der Behandlung kann man in der Regel frühestens nach zwei Wochen absehen. Die Thermokorrelation an den Facettengelenken kann letztendlich im Bereich der gesamten Wirbelsäule durchgeführt werden, da wo letztendlich die schmerzhaften Gelenke sitzen. Das heißt, nicht nur an der Lennwirbelsäule, wie jetzt im Modell, wo sie sicherlich am häufigsten vorkommen, kann es genauso gut an der Brustwirbelsäule gemacht werden. Da tauchen generell Probleme an den Facettengelenken selten auf. Aber an der Halswirbelsäule haben wir doch häufig das Facettensyndrom als Ursache von chronischen und hartnäckigen Nackenschmerzen. Und da funktioniert das auch, muss man sagen, sehr gut. Musik